Am Bahnhof wurde ich von meiner Familie in Empfang genommen. Heute war es hier laut, voll und sehr hektisch. Urlaubszeit halt. Halb Deutschland wollte nach Sylt. Darum machten wir uns nach einer kurzen Begrüßung alle schnell auf den Weg zum Auto. Meine Töchter Teresa und Sarah hatten Hunger. Komisch, sobald Mama in Sichtweite kommt, setzt umgehend der Hunger ein. Ich würde jetzt hier aber ganz sicher nicht als erstes im Kochtopf rühren. Wir fuhren zum Campingplatz, um mein Gepäck auszuladen. Dort gab es einen zweiten großen Bahnhof. Meine damaligen Schwägerinnen und Schwager, mein Schwiegervater und einige Bekannte erwarten mich bereits. Mein Kopf brummte, ich war schwer ernüchtert. Was hatte ich mir nur dabei gedacht, hierher zu kommen? Alle waren doch so glücklich hier und nun mussten sie wieder Rücksicht auf mich nehmen, weil mir die Großfamilie so zu schaffen machte. Vielleicht wäre ich besser zu Hause geblieben. Da hätte ich alle Ruhe der Welt gehabt. Hier musste ich nun entscheiden, was gemacht wird. Jeder wollte etwas anderes und ich wollte am liebsten nichts entscheiden müssen. Ich wollte mich nur treiben lassen, aber ich traute mich nicht. Schließlich saßen wir ja nur wegen mir wieder auf dem Campingplatz und nicht wie sonst in der Jugendherberge auf List. Nach kurzer Beratung wollte meine Familie gerne am Ellenbogen angeln gehen. Mein Sohn war begeisterter Angler und eigentlich liebte ich die Ruhe und Abgeschädenheit des Ellenbogens. Doch an diesem Tag war mir selbst das zu viel. Aber weil alle sich so viel Mühe gaben und mich glücklich machen wollten, traute ich mich nicht, das zu sagen und spielte Freude vor. Mitten in diesem Durcheinander piepste mein Handy. Ich hatte eine Nachricht von meinem Arzt. Super, freut mich sehr. Genießen Sie Ihren Urlaub und denken Sie bitte auch an sich. Ich starre auf das Handy. Das saß. So sehr hatte ich mich auf diese Tage ohne Chemo gefreut, an denen ich einfach nur machen wollte, was mir gefällt und nun war ich schon wieder dabei, es allen recht zu machen. Den anderen mit meiner Krankheit bloß nicht den Urlaub verderben.